Ich drücke immer mal wieder auf... Ja, ja, ja. Äh, ich... ...drücke immer mal wieder hier die... Wow! Haha! Äh, ich beende immer mal wieder für... ...weniger als eine Sekunde die... ...Aufnahme. Wow, wow, wow! Kommt mal euer Leben klar, Leute! So, wie viel muss ich eigentlich machen? Sieben, oder? Ne, immer noch sechs. Sechs! Pam! So! Ansonsten... Ja, mal... Öh, geh in die Wand pratschen! Und? Nein! Penner, warum? Aller, er ist so lahm, anscheinend. Hahaha! Ach ja! Rums! Voll dagegen! Wow! Ziel erreicht! Oh yeah, das freut mich! Aha! 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 Nein, das ist... Ich lass es mal. Bam! So... So... So, meine Grafikkarte ist bei gesunden 46 Grad. So. Nur meine CPU haut so rein. Na gut, meine Grafikkarte hat auch eigene Lüfter. Zwei Stück. Das war voll der andere. Naja. Boom! Hahaha! Hahaha! Das war total ungewollt. Mann! Mann! So, das war gewollt. Und dich auch. Tschüss. Und wow! Junge, 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 junge Mädchen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Dann einmal gegen die Wand. Hilfe! So. Und nun? Nein. Bums. Bums. Oh. Bam. Haha. Alter. Ich bin noch nicht einmal zerstört worden. Fällt mir gerade auf. Ähm. Glaube ich. Fällt mir auf, dass ich das glaube. So. Ähm. Ansonsten. Ich habe noch viel zu lange Zeit. Meiner Meinung nach. Bums. Bums. Das war. Das wäre was von mir gewesen. Wow. Rückwärts den Abgrund hinabfahren. Yay. Platsch. Wow. Nein. Ich wurde zerstört. Aber ich habe gewonnen. Mhm. Ziel. Sechs. Geschafft. 19. Das ist ja nur ein kleiner Unterschied. So. Und weiter geht's. Ähm. Boah. Meine Finger werden langsam eisig. Ey. Ich habe eigentlich hier meinen, meinen, meinen Logitech Kühlstream Teil. Den habe ich eigentlich, äh. Um meine Finger, wenn es warm wird, zu kühlen. Alles Stunt-Rennen gefunden. Aha. Aha. So eine Scheiße. Brauche ich nicht. Weil ich Stunt-Rennen eigentlich überhaupt nicht mache. Also ich hasse sie, um ehrlich zu sein. Unglaublich, dass ich noch nicht überall lang gefahren bin, ne? Na gut. Spätestens wenn ich die... Ne, ich möchte gerade kein Renn fahren. Ich möchte gerne zur Burning Route. Burning, Burning... Wow. Ist das die? Ja, das ist sie sogar. Ey. Hab ich gar nicht gesehen. Why? Oha. Das ist richtig weit, ja. Zwei Minuten. Okay. Mal schauen, wo er mich langschicken möchte. Okay. Ja, hier wäre ich auch langgefahren. Du-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Und das war... Und das war... War das schlau? Na ja, geht. Ja doch, wird auch, kann man so sagen. Bää. Oh mein Gott, ich... Bin den Weg eigentlich in der letzten Zeit richtig oft gefahren. Aber... das war ein Master lag was die erste Flecken das ist ja auch völlig egal Lala so ich habe auch gestern mal einen Prozent Viren Suchlauf gemacht ja das erste Mal über auf diesen seitdem ich den äh seitdem ich Windows 9 sind wo 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 dann war mal hier lang was sind warum aber nur weil es unnötig ist ja das war blöd weil ich habe mich auf die Handbremse gedrückt und das wollte ich gar nicht und ist okay wow äh nein ich fahre hier lang der will mich die ganze Zeit links abbiegen lassen so dabei fahre ich hier wow wow so aber das sollte ich packen wenn ich hier nicht unverhofft in die in 1000 zerstücke werden so noch vier Siege um 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 ja ja und längere Namen könnt ihr euch nicht ausdenken Geil, 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 geil. Mein Lieblingsauto. Und das Auto ist leicht lädiert. Nur so. So, wollen wir aber erstmal in die Schrottplatz fahren. Ja, ne? Also, ja. Ich sag nicht endlich, aber Janssen P12 und Janssen P12, ey, what the heck. Habt ihr schon mal versucht, durch die Pipeline-Baustelle von White Mountain zu fahren? Es ist nicht der schnellste Weg hoch zu Wind Farm, aber ganz bestimmt der lustigste. Richtung Süden zurück, gibt's dann einige coole Sprünge. Zartrekord überwarten auf Angus Wharf. Hallo? Vielen Dank. Jetzt krieg ich erstmal diese komische Krippelkarre da. Ich hab glaube ich noch ein anderes Auto, was ich... Also... Oh. Mal die Kerze zu erloschen. Ich hab keine mehr, glaub ich, ne? Ne. Gut, lass ich auch aus. Alter, mir ist immer noch kalt. Oh, oh, oh. Und ich denke mal, wenn ich hier Fenster zumache, dann könnte es sein, dass die... dass der PC wieder über... überhützt, überhützt. Beziehungsweise einfach ausgeht. Überhitzen tun er ja nicht. Eben wegen diesem Ausgehen. Das ist ja der Überhützensschutz da. Oder so. Keine Ahnung, wie man's nennen kann. Nennen soll, nennen will. Blablabla. Wow. Fresse. Das ist auch immer so typisch, ey. Alarmanlagen. In jedem Spiel... Jeder, jeder Ami hat eigentlich eine Alarmanlage am Auto. Ich weiß gar nicht, warum. Prägt doch nichts. Vor allem, weil die kein Mensch ernst nimmt. Bei der kleinen Schütterung wird doch schon... Moment war das... Ja, genau. Oder? War das der? Ich glaub, das war der, der noch im Arsch war, oder? Ja. Mit den Einschusslöchern. So. Den wollen wir auch mal reparieren. Dann wollen wir auch mal eben... Wir werden einigermaßen gute Karre nehmen. Und dann... Bisschen fahren. Also die Karre ist ja wirklich mal der letzte Dreck. Da gibt's dann tausendmal bessere Autos. Komm, wir nehmen Motorrad und hauen einen Namen mit das Auto weg. Ähm... Ne, nimm mir den hier, der ist, glaub ich... Ganz gut. Hat der eigentlich einen Unterschied? Nein, natürlich nicht. Ich glaub, das ist verbackt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube wirklich, dass das hier verpackt ist, das Auto. Ja, komm, egal. Uäh, leck.